Jetzt das Radio PSR, Sinnlos Telefon, die Kult-Comedy. Elstenhain, guten Tag. Der Kieting-Runhalt aus Pekau, guten Tag. Hallo. Ja, Herr Elstenhain, es geht mir um so einen Angelschein. Bin ich da bei Ihnen richtig? Eigentlich ja, wo wollen Sie denn hin? Ich bin jetzt erwischt worden am Hasselbacher See und ich habe keinen Angelschein. Sie haben keinen Fischereischein. Ja, und ich hatte glücklicherweise die Hunde dabei, sodass der wieder abgehauen ist. Ich war auch immer im Gefängnis, deshalb habe ich auch immer ein paar Dätowierungen, sodass der schnell wieder weg war. Aber das ist ja für die Zukunft keine Basis. Nee, das ist keine Basis. Ich brauche so einen Fischereischein, was kostet der? Sie müssten 30 Stunden absolvieren. Das wäre allgemeine Fischkunde, spezielle Fischkunde, Gewässerkunde und Gesetzeskunde. Ja, pappelabapp, ich brauche keine Stunden, ich brauche den Schein, Herr Elstenhain. Ich will ja jetzt nicht noch mal in die Schule gehen. So, dem geht aber nicht. Der Vorbereitungswährgang kostet 100 Euro. Und seit wann geht's denn, Herr Anders? Ich meine, wir müssen uns erst mal so geschenkriegig mehr Angler unter den Armen greifen. Nee, da geht gar nichts. Das ist seit 96 so. Und ich muss drunter leiden jetzt, oder was? Das war mir erst mal eine neue Regelung in Reisheit vor lauter langer Weile. In der Zeit habe ich ein paar Kopfen gefangen, ehrlich. Jetzt mal Spaß beiseite, Frank. Schicke mir das Ding einfach rüber. Äh, angeln, wie das geht, weiß ich. Ich kenne mich als Geräte kündig, ich schnick schnacken. Das klingt wie hier, äh, Sinnlos Telefon von PSR. Hier ist Radio PSR, das Sinnlos Telefon. Ich sage doch, das ist ja wunderschön. Ich dachte schon jetzt die ganze Zeit, Mensch, das klingt doch bald wie PSR. Genau. Sinnlos Telefon, die Kult-Comedy bei Radio PSR. Ha 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 ha!